Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Martin, in dem heutigen Video werden wir ein Hexenhaus in einem Wald machen oder erstellen mit Dungeon Alchemist. Mit diesen Worten wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Video. Sollt dir das Video gefallen, freue ich mich über eine Bewertung und natürlich um einen Kommentar und immer noch die Frage, mit welchem Programm ihr gerne arbeitet. Nun aber, let's go, viel Spaß! Meine Damen und Herren, hier sind wir auch schon wieder drin. Wir sehen uns noch unsere letzte Map an, die wir hier sehen. Der Link dazu, beziehungsweise ist unten in der Infobox, wo wir das Ganze erstellt haben. Und wir stellen erstmal eine neue Karte. Oben auf File, New Map. Ich habe keine Hintergrundleuchgräuche an. Ich werde nämlich Musik laufen lassen. Ihr könnt eure Musik laufen lassen. Kamera ist heute nicht an. Und wir werden das Ganze auf 50x50 machen. Ich hätte gerne wieder auf den Forest. Ich hätte es gerne auf Flat. No Vegetation. No Water. Weiter lassen wir es mal so. Und ich habe überlegt, ich glaube, wir machen jetzt mal ein Schneehaus tatsächlich. Das probieren wir mal. Wir arbeiten mal mit Schnee. Okay, so. Gehen wir hier drauf auf Create ein Terrain. Und jetzt sehen wir hier auch schon, wenn wir angucken, ist unsere kleine Schneelandschaft hier auch schon vom Wald. Und der Vorteil daran ist, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Baum platzieren. Ich gehe mal auf Vegetation. Gehe mal hier auf Bäume. Und klicke hier mal drauf. Dann sehen wir, egal was wir platzieren, es wird automatisch Schnee darüber gelegt. Und wir haben damit eine schöne, idyllische Schneelandschaft. Als erstes brauchen wir erstmal einen Weg, der zu den Hexenhaus führt. Dazu gehen wir auf unsere Brushes hier oben im Terrain. Ich werde jetzt nicht mit Zoom arbeiten, aber immer mal so ein bisschen was erklären. Wir haben mit diesem Brush hier ausgewählt. Jetzt hier auf ein bisschen kleiner machen wir das Ganze. Und führen das Ganze mal hier lang. Wobei wir jetzt hier sehen, dass der Weg sehr, sehr schwach zu sehen ist. Wir gucken mal, wie das hier aussieht beim Schnee. Wir löschen das Ganze nochmal, indem wir es doch ein bisschen größer machen. Schauen wir mal, wie das aussieht. Hier ist halt der Schnee-Button ein bisschen. Das ist ein bisschen blöd. Und der Schnee wird jetzt natürlich den Weg ein bisschen übermalen, weil er natürlich komplett bedeckt ist. Dafür, naja gut, wir machen es jetzt einfach ein bisschen Textur, machen wir rein. Ich glaube sogar hier ist es sogar ein bisschen besser. Wir haben hier ein klein wenig dicker, was wir machen. Da haben wir nämlich von oben. Wir gucken mal, ob wir das gleich sehen. Führt jetzt hier einen Weg lang. Sieht man nur ganz schwach wahrscheinlich. Ne, das war ich sogar falsch. Seht ihr mal? Da müsst ihr natürlich aufmachen, wenn ihr Schnee macht. Wobei, da haben wir es gerade gesehen. Tatsächlich, ich habe das gesehen. Hier geht es lang tatsächlich. Dann hier lang. Und dann führen wir das Ganze hier weiter fort. Und ja, jetzt geht es hier weiter entlang. Wir gucken mal ganz kurz, wie das von oben aussieht. Hier sieht man, hier ganz dünn seht ihr einen Weg tatsächlich. Das ist jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Also wenn ihr damit arbeitet, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wir könnten jetzt hier mal schauen, ob wir da irgendwie... Hier werden wir es sehen. Seht ihr das? Den seht ihr besser. Das sind zwar Steinwege, aber den seht ihr, glaube ich, besser. Wie sieht es mit dem aus? Ah, der sieht noch besser aus. Sieht ein bisschen aus, ob da ein Eisweg ist oder sowas. Da sieht man, glaube ich, ganz gut auch von oben, wie das Ganze aussieht. Aber ich habe gerade entschieden, ich glaube, für dieses Szenario bleiben wir doch lieber bei einem normalen Terror. Weil ich glaube, so wie ich es mir jetzt vorstelle, können wir das jetzt nicht machen. Und setzen hier mal No Weather wieder ein und gehen wieder unseren Weg, den wir hier haben. Als erstes speichere ich das Ganze natürlich, wie man das schon kennt. Habe hier meinen eigenen Ordner und nenne es jetzt Hexenhaus im Wald. Seht ihr gerade nicht. Hab ja einfach nur das Windows-Fenster gehabt. Damit ich mit STRG und S ein bisschen safen kann alles. Und wir gehen weiter. Hier Terror. Erstmal der Weg, den wir machen. Den wir erstellen. Wir machen hier so ein bisschen rein. Die Findungsphase. Und ich freue mich, dass ihr das Ganze so gut annehmt. Dass ihr richtig viel Spaß bei Pen & Paper habt. Und beziehungsweise bei den Tutorials auch. Dass das gut ankommt. Auch Baldur's Gate, was ich sehr, sehr gerne spiele. Wo schon jemand wirklich sehr, sehr aktiv am Kommentieren ist und alles. Das finde ich persönlich sehr, sehr cool und höre ich sehr gerne. Und ich würde gerne hier überlegen. Warte mal, ich würde gerne was anderes machen. Wir machen das nochmal ein bisschen größer. Freut mich wirklich, dass das so gut ist. Und dass das so gut ankommt. Und dass ihr Spaß habt. Denn wenn ihr Spaß habt, hat auch ich Spaß. Wie das immer so ist, ne? Und wenn ich Spaß habe, habt ihr Spaß. So ein übliches drumherum, wie das immer ist. So, wir führen den Weg mal hier lang. Denn ich würde gerne das Hexenhaus ein wenig abseits tatsächlich machen. Hier könnten wir dann noch einen Keller dann reinmachen. Das heißt, wir machen eine zweite Map. Könnten wir tun. Aber das wäre dann vielleicht für das nächste Tutorial was? Beziehungsweise für die nächste Sache, dass wir mal so ein Kellergewölbe dann machen in die Richtung. Heute soll es erstmal nur um das Hexenhaus gehen. Wir gehen wieder auf Brushes. Und was ich mir gerne jetzt am Anfang mache, was ich für mich festgestellt habe, wenn ich gespielt habe. Ich platziere gerne schon von Anfang an ein paar Büsche. Dann habe ich nämlich hier so eine klare Linie drin. Und schon die erste Textur. Und jetzt fange ich nämlich an zu sagen, ich gehe hier drauf. Gehe ein bisschen auf die Erhöhung. Gehe ein bisschen auf Race-Thorant. Macht das hier mal tatsächlich ein bisschen größer. Macht dafür aber die Reichweite ein bisschen kleiner. Und fange hier an, so ein bisschen Erhöhung zu machen. Einfach damit es nicht ganz so eben aussieht. Zumindest in dem Bereich. Und wir so ein paar optische Merkmale drin haben. Vor allem dann relevant, sage ich mal. Ihr seht das sowieso so krass nicht, wenn ihr von oben arbeitet. Aber das ist für mich so ein bisschen. Ich mag das persönlich nicht, wenn das so ganz eben ist. Weil letztendlich hast du auch in dem Wald immer so kleine Erhöhungen. Da hast du immer so einen kleinen Hügel. Das mag ich persönlich sehr gerne. Auch wenn wir gleich feststellen werden, dass uns der Map-Generator etwas abnimmt. Ziemlich da ein bisschen macht. Diese Seite machen wir erstmal. Und hier würde ich auch tatsächlich direkt einen Wald setzen. Weil da hatte ich jetzt nicht vor, was zu platzieren. Dient einfach, um ein bisschen größeres Torant zu haben. Und gehe mal jetzt hier drauf. Gehe wieder auf die Brushes. Nehme die Bäume. Und hier ist wieder ganz wichtig. Denkt daran, hier das runter setzen. Und dann könnt ihr hier nämlich auch Bäume platzieren. Und dann habt ihr das auch schon. Dann könnt ihr nochmal drüber gehen. Ihr könnt die Brushes auch ein bisschen dicker machen natürlich. Aber wenn es zu dick ist, habt ihr gesehen. Und es ist zu dicht aneinandergereiht tatsächlich. Und dann haben wir hier die Seite nämlich schon soweit fertig. Beziehungsweise das passt. So, jetzt kommt man zu unserem Hexenhaus. Und zwar würde ich gerne hier auf Draw Room gehen. Und würde hier gerne tatsächlich ein Village nehmen. Nennen wir mal. Wir lassen es eh leer tatsächlich. Ich würde sagen, wir machen eh gleich die Wände komplett anders. Wir gehen nämlich hier mal auf AI Settings. Sagen hier Wände wollen wir. Türen wollen wir. Türen sind okay in dem Fall. Ne, wollen wir auch noch gar nicht. Wir machen auch keine Fenster. Wir machen nur Wände. Beleuchtung machen wir auch nicht. Und Möbel machen wir auch nicht. Wollen hier so ein kleines Hexenhaus erstellen. Das so hier quasi auf den Weg geht. Mit so einem kleinen Eingangsding. Und jetzt machen wir nämlich erstmal die Raumaufteilung ein bisschen. Und dann machen wir auch gleich noch ein bisschen in die Richtung. Mal hier ein bisschen Symmetrie. Ein bisschen was wenigstens reinmachen. Dann hier nochmal durch. Jetzt sagt ihr euch ja, da steht ja noch gar nichts drin. Ist korrekt. Aber dazu kommen wir ja gleich, ne. Wir machen erstmal die Wände. Dass wir auch hier was gerade platzieren können. Gehen wir mal so ein kleines Ding tatsächlich zusätzlich hin. Und wie ihr die Map setzt. Wie gesagt, wenn ihr eine Karte nehmt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen tatsächlich. Wenn auch vielleicht bei einem von euren Projekten eine Map zum Ankommt. Sind natürlich alles vollkommen free da drin. Der Download-Link ist wie immer unten in der Beschreibung. Inklusive Foundry-Zeug, was ihr gerne einbauen könnt dann. So, Kabin-Wall. Ne, das finde ich nicht ganz so geil. Blaster werde ich jetzt auch nicht sagen. Ähm, ich muss ganz kurz was gucken. Ich habe gerade, habe ich gerade eine Meldung bekommen. Ne, okay. Das ist das Wichtigste für mich. Okay. Passt. So. Ich würde gerne sagen, wir nehmen jetzt hier. Ah, ich weiß es nicht. Was sagt ihr? Dieses? Also, was sagt ihr? Wenn ich hier fertig bin mit dem Video, dann ist das schon raus, ne? Guck mal hier. Wut haben wir doch hier. Guck mal. Boah, das passt, glaube ich, ganz gut. Das sieht auch schon so ein bisschen marode aus. Mal like. Wissen Sie, was wir die Außenwände machen? Und die Inwände machen wir tatsächlich aus demselben. Das soll ja auch ein bisschen schäbig aussehen, quasi. Ähm, da haben wir erstmal die Wände überall. Hier auch. Passt wunderbar. Gehen wir auf unsere Türen. Und wollen natürlich, dass hier der Eingang ist. Ich hätte hier schon so gerne so eine schöne alte Doppeltür. Wir haben hier auf Arcus, wir haben hier eine Doppeltür und haben hier drin stehen. Wir gucken, was wir hier so Schönes haben. Wir haben jetzt hier. Gut, das ist ein bisschen auffällig. Oh, warte mal. Okay, nee, das ist too much. Das gefällt mir nicht dafür. Das ist auch nicht passend. Das könnten wir machen. Das ist aber eher wie so ein Tor. Das ist halt wie so ein Verlies eher. Das ist zu modern. Ein ewiger Teufelskreis, sage ich euch, Leute. Das ginge tatsächlich. Das ist zwar ein bisschen droidig oder halt wirklich so ein... Das ist auch ganz cool. Ich tendiere zu dem. Das ist natürlich auch was, ne? Da hast du so ein bisschen... Boah, das machen wir sogar tatsächlich. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Das passt ganz gut, wie ich finde. Wir werden jetzt mal unsere Türen versägen. Und ich würde sagen, wir nehmen als erstes erstmal hier wirklich so richtig alte Türen, die wir reinmachen. Die wir kaum sehen. Optisch ist aber nicht schlimm. Sollte heute nicht unser Bier sein, was das angeht. Als nächstes gehen wir auf den Boden. Wir schauen uns den Boden angehen hier drauf. Und nehmen so einen schönen alten maroden Boden tatsächlich. Es soll ja auch verfallen sein, ne? Wobei, das würde ich nicht machen, Ruined. Ich würde den tatsächlich nehmen. Und ich werde gleich zeigen, was ihr haben könnt. Also das sind nur Ideen. Müsst ihr nicht in eurem Spiel natürlich einbinden. Ich kann ja nicht eure Story erzählen, ne? Das geht nicht. Aber ihr könnt zum Beispiel auch so ein paar Akzente reinsetzen. Seht ihr das? Oder ob ihr dann sagt, dass die Leute irgendwie da einen Eingang sehen oder sowas? Das seid ihr hingestellt. Könnt ihr machen. Seht ihr? Da habt ihr nämlich auch im Boden so ein paar Akzente drin, ohne dass es zu übertrieben ist. Das seht ihr dann auch von oben ganz gut. Aber hier, seht ihr, ist das sehr symmetrisch. Das wirkt irgendwie dann unnatürlich oder zu platziert tatsächlich. Das heißt, wir gehen nochmal drauf. Mach nochmal so. Den würde ich wegmachen. Den würde ich wegmachen. Den würde ich wegmachen. Den würde ich wegmachen. Und stattdessen würde ich mal hier ein 2 machen. Hier würde ich mal 3 nach unten machen. Hier würde ich 3 und so machen. Dann sieht das auch nicht mehr zu generisch aus. Seht ihr das? Sieht jetzt ein bisschen. Ja gut, hier ist es halt. Aber ist okay. Wird wahrscheinlich kein Auffallen. Das sind wahrscheinlich meine Blicke. Da habt ihr aber so einen kleinen Kontrast im Boden drin. Das mag ich persönlich immer sehr, sehr gerne. Und jetzt können wir hier nämlich zum Beispiel auf Blaze Objects gehen. Ne, wir gehen jetzt mal auf Fenster. Sorry. Und hier würde ich tatsächlich sagen, Bait, das würde jetzt nicht mehr passen, sage ich. Wird da auch nicht passen. Passen auch nicht. Wood ist auf jeden Fall schon mal gut. So richtig alte Fenster tatsächlich gingen. Kann man machen. Ich kann auch hier die Seite wechseln, wo das Außen und Innen ist. Seht ihr das? Von der Farbe her. Können wir ein bisschen rotieren. Gefällt mir aber jetzt tatsächlich gar nicht so gut. Das gefällt mir gar nicht. Passt gar nicht rein. Manchmal muss ich kurz niesen. Ich muss mich kurz niesen. So. Jetzt musste ich aber ganz kurz niesen, Leute. Dann habe ich mich extra noch gemutet für euch. Seht ihr, so bin ich. So. Das ist ganz cool. Mag ich. Haben hier so ein bisschen. Hier lassen wir ein bisschen Blick. Hier können die Leute reingucken. Können wir hier machen. Hier würde ich aber gerne was anderes machen. Passt. Ja, wackelt in der Luft. Wunderbar. Hier machen wir wieder kein Fenster rein. Und dann machen wir hier noch ein Fenster tatsächlich rein. Und hier noch ein Fenster rein. Hinten lassen wir komplett zu und dicht. Wir werden dann auch hier noch eine kleine Wand reinziehen. Und fangen mit dem Dekorieren davon an. Der Vorteil ist, wir müssen dann noch ein Fahrt auch hin machen. Ich weiß nicht, wie lange dieses Video geht. Kann sein, dass es 40 Minuten geht. Wir werden sehen, wann wir hier fertig sind. Wenn es mal wirklich irgendwie richtig lang geht, dann kann es auch ein Zweiteiler werden. Aber ich glaube, dieses Video sollten wir heute fertig machen. So. New Objects nochmal nicht. Haben wir nichts. Was will ich denn als erstes haben? Was ich immer gerne mache, das ist auch immer Geschmackssache. Ich fange erstmal mit Teppichen an. Teppichen finde ich immer ganz cool. Ich gebe hier mal Carbet ein. Das steht für Teppich. Und habe jetzt hier die Möglichkeit, meine Nase ist gerade zu tatsächlich. Ich bin ein bisschen verschnupft tatsächlich. So. Habe hier die Möglichkeit, Sachen einzublenden bzw. zu verwenden. Gehe jetzt hier dran. Ne, nicht. Das passt gar nicht tatsächlich. Der Gewölbte ist auch nicht so richtig passend. Wir nehmen den tatsächlich. Dann haben wir hier so einen alten Teppich. Und den kann man nämlich sogar tatsächlich noch ein bisschen dunkel machen. Oder ein bisschen einfärben. Geht tatsächlich ganz gut. Aber. Ah. Schwierig, ne. Ja, das ist gar nicht passend. Das passt auch nicht. Ich glaube, wir lassen den Standard. Ich glaube, das müsste so Standard gewesen sein tatsächlich. Äh. Mach gerne einen Teppich rein. Und was ich gerne hier machen würde, ist einen schönen Teppich. Ein bisschen dunkler. Verstaubter. Das ist cool. Wenn wir den noch von der Farbe her anpassen. Das passt nicht, ne. Das ist, ähm, schwierig. Tatsächlich. Den kann man nämlich scalen. Oh ne, das sieht scheiße aus. Ha. Okay. In meiner Fantasie sah es besser aus. Okay. Wir machen das mit dem Schrank. Jetzt gehen wir mal auf Shelf. Das steht für Regal letztendlich. Und den können wir platzieren. Da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, weil ihr schaut eh nur von oben rein. Tatsächlich. Wie soll es die Leute? Kollision machen wir on. Kannst ihr was machen? Ihr könnt zum Beispiel sagen, wenn wir hier reingehen, könnt ihr zum Beispiel sagen, okay. Wir platziert hier dann auch ein paar Bücher rein. Das könnt ihr euch überlassen tatsächlich. Mit der Umschalttaste der linke gedrückt gehalten könnt ihr mehrere Objekte platzieren. Aber der Schrank ist schon ein bisschen neu, ne. Muss ich gestehen. Also muss ich sagen, finde ich nicht ganz so geil. Wir machen hier wieder raus. Wir löschen dann automatisch was drin ist, wie ihr gesehen habt. Ich glaube, das passt ganz gut. Passt ja hier hin. Ja. Aber jetzt machen wir die Kollision aus, weil ihr seht, der haftet jetzt ein bisschen blöd, weil er sich im falschen Winkel sucht. So steht er richtig. Seht ihr das? Jetzt haben wir ihn direkt an der Wand. Und hier können wir zum Beispiel sagen, okay, wir setzen hier alte Bücher rein. Oder Allgemeinbücher. Und können jetzt sagen, hier auf Decoration. Wo ist es? Food and Decoration. Haben wir es? Da wollte ich nämlich genau das machen. Das ist schon ein Warnsignal tatsächlich. Hier könnt ihr nämlich nehmen wir den da. Fahren wir kleiner. Und setzen den ein bisschen hoch. Und schieben den zur Seite. Und dann will ich mal, ähm, Gel ist glaube ich Glocke, ne? Oh, was heißt denn Glocke auf Englisch? Jetzt bin ich gerade selbst am überlegen. Ähm, dafür habe ich immer auf. Glocke heißt glaube ich im Bell, nicht Gel. Ja, Gel ist was anderes. Da ist was anderes. Und jetzt können wir nämlich mal schauen. Nehmen wir das hier. Das machen wir wieder kleiner. Eine alte Metallglocke. Aber ich würde die tatsächlich so nehmen, glaube ich. Oder? Das ist cooler. Passt besser. Warum passt das nicht? Warum kann ich die nicht größer machen? Und kleiner. Was ist da los? Hallo? Spiel. Ähm, was auch immer du bist. Kann ich die nicht kleiner machen, Leute? Warum kann ich die nicht kleiner machen? Schade. Das scheint nicht zu funktionieren. Hm. Ich wollte hier unten so eine kleine Glocke dran machen. Wisst ihr wie? Ich kann die nicht kleiner machen. Warum nicht? Warum kann ich die nicht kleiner machen? Spiel Why I Don't Can Do This. Okay. Dann Planänderung. Lassen wir raus. Wir gehen erstmal hier rein. Wir gehen erstmal wieder rein. Hier würde ich gar nicht mehr reinmachen, außer einen Schrank. Wir müssen sie auch nicht zu voll knallen. Ähm. Ist ja auch letztendlich ein altes Faxenhaus tatsächlich, wofür es ist. Und hier können wir aber als Sichtschutz entweder eine Wand nehmen. Oder wir gehen nochmal Schelf ein. Und platzieren Regale als Sichtschutz. Das könnten wir zum Beispiel machen. Wir können zum Beispiel diese Regale verwenden. Da könntet ihr mit Foundry zum Beispiel einen leichten Sitzschutz hinmachen. oder Sachen platzieren. Ähm. Dass ihr eine künstliche Wand schafft. Ohne Wand. You know what I mean? You know what I mean. Jetzt gehen wir auf Decoration. Da können wir zum Beispiel sagen. Wie gesagt. Wie ihr seht. Wenn wir guckt. Ihr müsst immer überlegen. Wenn ihr das macht. Wir gehen mal auf Overlays. Dann seht ihr ja wie die Map von oben aussieht. Dann seht ihr ja gar nicht was da drin ist. Also man kann es erahnen. Wenn man ganz nah heranzoomt. Dass da was drin steht. Ähm. Müsst ihr aber nicht zu kleinlich sein. Soll ich ganz ehrlich. Ähm. Fällt dem wenigsten auf. Aber. Wenn wir perfektionistisch sein wollen. Müsst wir das natürlich. Machen. Das ist doch nicht gerade oder? Hm. Okay. Lassen wir es mal. So. Wir gehen wieder auf Objects. Gehen auf Decorations. Und wählen jetzt hier. Das nicht aus. Festivals brauchen wir nicht. Wir können mit dem Totenkopf drauf platzieren. Ihr habt echt viele Möglichkeiten im Spiel. Ihr könnt Shields. Ihr könnt hier zum Beispiel. Was können wir zum Beispiel auch machen? An alten. Das passt sogar glaube ich ein bisschen besser. Wobei. Ne. Ich glaube nicht. Dass das besser passt. Machen wir doch nicht. Machen wir mal drei Ideen. Wenn ich das anfange. Ähm. Ach Fingers können wir sagen. Furniture. Dann haben wir hier nämlich Spiegel, die wir platzieren können. Armory nennen wir nicht. Wir können zum Beispiel auch einen Helm platzieren. Können wir machen. Blenders können wir machen. Pflanzen passen tatsächlich auch in ein Haus der Hexe. In ein Hexenhaus rein. Weil. Da können ja Kräuter angepflanzt sein. Das ist schon gut möglich. Locken wir die Leute falsch. Das ist okay. Das kann man machen. Das ist okay. Und hier draußen könnt ihr zum Beispiel auch. Einen Blender platzieren. Also ein Pflanzending. Der Vorteil ist ja daran. Dass wir bei Dekorationen hier unglaublich viel tun können. Storage Dinger können wir hier einplatzieren. Nature. Struktural Utilities. Das wollte ich hier tatsächlich. Games. Hier haben wir nämlich noch ein paar Sachen, die wir einplatzieren können. Wie zum Beispiel Dränke. Kisten. Oder so. Kleinigkeiten halt einfach. Könnt ihr euch hier. Bisschen was reinstellen. Da könnt ihr auch skalieren. Könnt ihr viel Kleinigkeiten machen. Ich würde es jetzt erstmal ein bisschen grob machen. Und trotzdem, dass es ganz gut aussieht. Ich weiß auch, wenn ich gesagt habe, man muss es nicht dort eintragen. Aber. Ich sag ganz ehrlich zu euch. Ich sage viel, wenn der Tag lang ist. Jeder, der meinen alten YouTube-Kanal verfolgt. Hat weiß, was Sache ist. Guck mal. Jetzt fuck mich ein bisschen ab. Wenn ich das jetzt so mache. Doch, jetzt hat er sie gedreht. So. Könnte hier nämlich ein paar Sachen auch mal ein bisschen ohne richtige Reihenfolge drehen. Könnte hier einfach mal einen Kronenschädel reinsetzen. Ganz vertrauenswürdig. Wenn ich hier durchs Fenster gucke. Würde ich mich auch direkt geborgt fühlen. Oder? Also da würde ich echt sagen. Boah. Will ich einziehen. Hätte ich schon ein bisschen Bock drauf. Würde ich da sagen. Gehen jetzt hier drauf. Müssen ja nicht. Können ja auch nur Farbdinger sein. Ihr müsst ja nicht den Leuten da logischerweise überall Potions hingeben. Oder so. Ihr könntet auch hier mal ein bisschen Farbvariation reinbringen. Je nachdem. Ich gebe euch ja auch die Dungeon Alchemist Datei immer mit rein in den Drive Ordner. Je nachdem welchen. In welcher Sendbox ihr spielt. Könnt ihr es natürlich gerne verwenden. Also dann könnt ihr es euch auch selbst exportieren. Wie ihr beliebt quasi. Was euch lieb ist. Farming Tools können wir machen. Das passt zum Beispiel ganz gut. Hier können wir zum Beispiel. Das ist schon ein bisschen Klischee. I know. But. It's okay. Na hier vielleicht jetzt nicht. Aber. So eine Sichel können wir zum Beispiel machen. Oh Gott. Wie groß die einfach ist. Wie groß die einfach standardmäßig skaliert ist. Vielleicht empfinde ich das auch alles nur als groß. Hier können wir eine Schaufel platzieren. Kreativ sein. Leute. Einfach kreativ sein. Das ist das Schöne an Pen & Paper und allem drum und dran. Ich habe überlegt tatsächlich. Wenn ich bei Pen & Paper Info. Also schaut gerne rein. Unten Link in der Beschreibung der Online Community. Da kann ich natürlich nicht aufnehmen oder so. Auch mal Pen & Paper. Aber ich überlege echt. Ob ich mal so ein One-Shot aufnehme oder so. Hätte ich schon Bock drauf. Auch euch mal so ein bisschen das zu zeigen. Wisst ihr was ich meine? Wie ich das meine vor allen Dingen. Dass ich einfach neben Ball des Geld. Hätte ich auch schon gerne so ein paar Spielrunden. Die ich euch gerne mal mitgeben würde. Wie ich so spiele. Da könnt ihr auch Tipps geben. Ich mag das nämlich immer gerne. Tipps zu bekommen. Solange sie sachlich sind. Sind sie natürlich immer so eine Sache. Jetzt könnt ihr nämlich mit den Büchern. Könnt ihr ein bisschen mehr Platzhalter machen. Seht ihr das? So und schon haben wir hier den Schrank befüllt. Tatsächlich haben wir eine künstliche Wand. Und sagen jetzt hier Table mal. Suchen nach einem alten Tisch hätte ich gerne. Die müssten relativ. Ja passt mir jetzt nicht ganz so. Der ist halt zu modern. Seht ihr das gefällt mir gar nicht. Ich hätte gerne ein Old Table tatsächlich. Hier. Die passen da schon eher rein. Seht ihr das? Das passt auf jeden Fall ganz gut. Da kann man hier so einen kleinen Esstisch machen. Können wir ein bisschen verkleinern. Vergrößern. Je nachdem wie wir wollen. Da können wir sogar tatsächlich ein bisschen Äckern machen. Da machen wir nämlich mal Chair eingeben für Stuhl. Dahinter. Bauen hier die Sachen rein. Und nehmen mal hier. Aber farblich gefällt der mir gar nicht. Ich schau mal. Ich würd den gern noch ein bisschen. Ne das ist zu krass. Mal. Ich glaube. So ist ganz gut. Ist das jetzt überhaupt ein Unterschied? Nein. Nehmen wir dann doch so. Hallo. Wenn die Hexe zum Essen lädt. Da braucht die auch viel Platz. Junge. Wenn die verspeist. Die isst ja die Männchen und so. Om jam 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 jam. Männchenfleisch. So. Da kann man nicht mal Foodie eingeben. Für Essen. Werde es gedacht. Das können wir natürlich auch ein bisschen gestalten. Ihr könnt also auch den Tisch gestalten. Das finde ich ganz cool allerdings. Da muss jetzt nicht Blutdreck drauf liegen. Da könnt ihr einfach ein Brot. Da könnt ihr zum Beispiel sagen. Vor allem für auf. Ich sag mal. Es gibt natürlich. Pen and Paper Spiele. Hab ich schon gemerkt. Die sind wirklich. Die achten auf jede Kleinigkeit. Ich gebe so. Manchmal sag ich so. Yo. Das Messer hast du nichts gebraucht. Ihr könnt es jetzt nicht mitnehmen. Weil sonst looten euch die ganzen Leute. Das ganze Zeug hier weg. Natürlich. Aber. Es ist krass. Wie auffällig. Oder wie sorgsam manche Leute schauen. Was ich sehr cool finde. Muss man dazu sagen. Muss man sagen. Finde ich ganz cool. Da ist man aber als Spielleiter. Dann auch manchmal. Wo man sich denkt. Okay. Die hätte ich jetzt nicht so gemacht. Aber ist es noch. So. Burner brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir auch nicht. Da könnte ich zum Beispiel mal eine. Das sag ich schon. Hedge einbauen. Wir haben nämlich auch Hedges hier. Die nehmen wir natürlich. Die brauchen wir später nämlich auf jeden Fall. Ich überlege gerade welche wir dann nehmen. Ich glaube die nehmen wir. Und die machen wir einfach noch ein bisschen. Oh. Das sieht gar nicht schlecht aus. Wenn du es auf schwarz machst. ne. Ich hätte es schon gerne. So. Passt das. So lassen wir sie. Rein. Genau. Genau. Das lassen wir. Passt. Haben wir schon mal gemacht. Weil da würde ich gleich gerne was rein machen. Vorher ich es vergesse. Selbst warum jetzt nicht. Wir brauchen keinen Schlitten. Wir machen ja doch keine Winterlandschaft. Tatsächlich. Library. Da ist immer ganz cool. Was ich immer gerne mag. Sind Bücher wo platzieren. Die beleben die Welt so ein bisschen. Man kann den Leuten ein paar Handouts an die Wand drücken. Und so weiter und so fort. Das mag ich persönlich sehr gerne. Und nutze ich sehr gerne. Und wenn die Leute was lesen wollen. Können sie es lesen. Und ansonsten. Eben auch nicht. Da können wir nämlich hier das setzen. Und dann können wir hier nämlich noch Paper eingeben. Für Blahpier. Pergament kann man auch nehmen. Glaube ich. Pergament. Da haben wir es. Und. Was zum Schreiben. Könnte man zum Beispiel sagen. Dass man einen kleinen Brief formuliert. Oder so. Als Idee. Wäre ja eine Möglichkeit. Wie viel viel tatsächlich. Wir schauen uns das Ganze von oben an. Ihr müsst nur mal bedenken. Die Leute bewegen sich ja auch noch. Also ich würde hier gar nicht zu eng bauen alles. Weil die Leute bewegen sich da drin auch noch. Sonst laufen die ständig über Objekte. Lässt sich sowieso nicht 100% vermeiden. Natürlich. Klar. Aber. Just saying. So. Objects war ich drin. Das sehen wir schon tatsächlich. Ich bin auch schon bei tatsächlich 23 Minuten. Ja. Läuft. Ist also doch eine bisschen längere Folge diesmal. Soll euch aber gegönnt sein. Wie gesagt. Also wenn ihr da auch Interesse hättet. Tatsächlich. Ohne hier kommt eine Kiste hin. Das geht tatsächlich ganz gut. Geht auch immer tatsächlich. Ich könnte es aber auch Kisten ein bisschen überlagern. Wenn ihr da Interesse hättet. Auch mal zu sehen. Wie ich Pen & Paper spiele. Schreibt es gerne mal rein. Oder auch gerne. Ja. Ich fände es auf jeden Fall cool. Mal schauen. Wie wir das. Wie ich das euch am besten anbieten kann. Hier kann ich ein bisschen Heu platzieren. Das geht tatsächlich. Das kann man auch bei den Hexen Ding machen. Da kann man die Hexe direkt drauf werfen und verbrennen. You know. So wie es sich gehört. So hier nicht. Können wir das so machen. Genau. Könnt ihr auch mal reinschreiben. Was ihr so gerne für Pen & Paper spielt. Ob ihr schon bei Pen & Paper Info seid. Zwingen wir das mal. Ich bin doch das Pikachu des Vertrauens. Wer hätte es gedacht. Surprise, surprise. Wer was gegen Pikachu sagt. Er hat die Kontrolle über sein Leben verloren. So. Was ich aber noch machen wollte. Genau. Was auf jeden Fall ist. Das ist ja das Wohnzimmer. Das heißt. Ich würde gerne. Oh. Wie heißt das nochmal. Wie heißt das nochmal. Wie heißt das nochmal. Wie heißt das nochmal. Ähm. Ich gehe mal Fireblaze ein. Das muss ich dir geben. Ja. Da haben wir auch einen. Seht ihr das? Ich hätte gerne schon einen alten Kamin drin oder so. Hm. Ah. Guck mal. Hier hast du doch einen. Zwar Stein. Gefällt mir gar nicht. I don't like it. Na gut. Aber Holz ist auch ein bisschen blöd. Ne. Ja. Holz wäre auch ein bisschen blöd tatsächlich. Das so zu machen. Hier können wir die Küche rein machen. Und so eine kleine Adlerbohr. Fert mir gerade einen. Aber ich hätte gerne doch noch ein Fireblaze. Also hier muss definitiv noch ein Kamin hin tatsächlich. Den lassen wir auch an. Da könnt ihr eine Lichtquelle dafür nutzen. Tatsächlich direkt. Da können wir hier tatsächlich ein Sofa mit reintun. Ich habe übrigens auch Modded Sachen natürlich drin. Also wenn ihr was seht. Was ihr vielleicht nicht standardmäßig habt. Bank vielleicht besser. Ähm. Ne. Bank nicht. Das heißt nochmal Bank. Das haben wir hier unter Decorations nicht. Sondern unter Furniture. Chairs. Benches. Nicht Bank Bank. Benches ist besser. Passt besser in ein Hexenhaus. Da muss kein Sofa hin. Kann man auch machen. Sowas allerdings ginge zum Beispiel finde ich. Fancy Couch. Dat. Wie klein soll es sein? Na gut. Das ist für Knobel gemacht. Ist okay. Dann nehmen wir hier Holz glaube ich. Oder? Holz passt ganz gut tatsächlich rein. Ist ja am Ende. Hier Luxus. Und damit hier auch mal was schwerwiegendes drauf kann. Machen wir hier so zwei aneinander. Damit sie ein bisschen größer wirken. Ähm. Gehen wieder auf Kabel rein. Ich hätte gerne noch einen Teppich tatsächlich. Trotzdem. Zumindest in dem Bereich hier. Mh. Ah. Ja. Don't. No. Boah. Die passen. Das sieht alles so übertrieben aus. Ich weiß mal schon ob ich da auch tolle Modsachen sehe. Tatsächlich. Die gut sind. Die man gut verwenden kann. Das sieht halt scheiße aus. Sorry. Ne. Dann lassen wir das. Dann gibt es hier eben nichts drin. Karts. Hier können wir eine Kutsche. Das ist auch übrigens glaube ich ein Modding. Also ich weiß gar nicht was hier alles Modding ist. Das sieht man glaube ich wenn man dann. Ja I don't know. Ich glaube Modded sieht man nur hier ne. Ja Downloaded Objects. Da siehst du Modded Dinger glaube ich ne. Ja. Hier sind sie. Da können wir mal kurz reingucken. Das sind zum Beispiel Häuser für Karten die ich gerne mache. Ihr habt ja auch so. Wie so ein kleines Holzhaus was ihr nutzen könnt. Gibt es ja unglaublich viel. Eine Bedroom könnt ihr zum Beispiel auch machen. Da ist die Küche. Das heißt wir machen einen alten Bedroom. Tatsächlich hier. Das Bett ist jetzt sehr klein. Und auch sehr modern muss ich sagen. Gefällt mir nicht dafür. Hier haben wir auch das Sofa gehabt. Habt ihr das gesehen? Das haben wir vorhin gesucht tatsächlich. Hier haben wir einen Skull. Hier haben wir einen blutigen Anholly. Das schaut gut aus. Aber das würde ich gerne dann woanders platzieren. Okay. Gucken wir mal bei Bed rein. Hier haben wir nur zwei Sachen. So. Bed. Suchen wir mal rein. Gibt es hier irgendwas was passt relativ gut. In den Hexenhaus was nicht zu modern aussieht. Gucken wir mal hier. Hier haben wir noch das andere. Broken Bunkerbett. Nein. Bunkerbett. Nein. Ähm. Ein bisschen Kissen. Ich wollte gerade sagen. Was ist das für ein Bett? Ja. Das ist ein bisschen too much. Die Hexe will ja auch ein bisschen schlafen. Ne. Also ein bisschen müssen wir ja auch können. Sonst fällt es auch auf. Wenn ihr natürlich auch. Müsst ihr ja jetzt Hexenhaus verwenden. Also wenn ihr das Ding verwendet. Müsst ihr es ja. Kann man auch. Als normales Waldhaus verwenden. Ne. Muss man dazu sagen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber was mich stört. Das sieht halt so ultra modern aus. Was ist das meine? Ich kann hier einfach die Decke weg tun. Dann sieht es nicht mehr ganz so. Modern hat der ja raus. Oh. Und dann können wir hier sogar noch ein zweites Bett hin machen. So ein Einzelbett. Können wir auch die Becke weg machen. Machen wir erstmal nicht. Klappen wir die Decke weg. Lassen wir sie drauf. Ach komm. Wir lassen sie drauf. Das geht eigentlich. Modern sieht es jetzt nicht aus. Aber. Hier hätte ich auch gerne noch ein paar Variationen mehr. Aber das Ding ist ja auch noch nicht fertig. Muss man auch dazu sagen. Eine Bedroll. Die könnten wir mal hier drunter verstecken. Oder so ein bisschen. Oder daneben platzieren. Könntet ihr jetzt auch mal Backpack eingeben. Ich könnte den Leuten auch Indizien geben. Wenn ihr es wirklich als Hexenhaus verwendet. Dass hier irgendwas gefunden wird. Dass hier Rucksäcke oder so sind. Und jetzt würde ich was machen gerne. Ich speichere gerade. Manchmal hängt es dann logischerweise. Ich gebe nochmal Carpet ein. Für Teppik. Ich will mal schauen ob das funktioniert. Leider nicht so wie ich will. Kann man. Ich würde gerne. Folgendes machen. Das nicht. Oh der rollt sich sogar mit Animation zusammen. Guck mal da Leute. Das ist ja fein. Okay wir machen den. Setzen den ein bisschen kleiner. Schieben den ein wenig nach oben. Als ob die Erhöhung quasi. Das Gute ist. Also wenn ihr natürlich von so guckt. Seht ihr natürlich dass das schwebt. Aber von oben. Wenn wir mal von oben drauf gucken. Seht ihr. Hier mal ran zoomen. Ihr seht ja nicht dass das Ding schwebt. Seht ihr ja nicht. Das heißt ihr könnt das dann dort platzieren. Ohne Probleme. Ihr könnt nochmal. Beispiel ein zweites platzieren noch. Was ich immer gerne mache. Ist dass dann das vordere oben ist. Finde ich immer schöner. Ganz genau kriegt man es nämlich nicht hin. Oder wir experimentieren noch ein bisschen mit der Größe. Und drehen das so ein bisschen schräg. Also das versucht wurde. Schnell abzudecken. Aber es hat halt nicht ganz so geklappt. Man vielleicht nicht sieht das Ganze. Kann man machen. Muss man nicht machen. Table. Ne bei Tür bin ich falsch für ein Table. Hat natürlich ein bisschen blödsinnig. Ein Desk geht allerdings auch ganz gut. Der passt auch sehr gut hier rein. Wenn er nicht so groß wäre. Ja Spiel. Dann halt nicht. Dann halt nicht sag ich mal. Da kommt auch hier so ein Stuhl hin. Wir sind ja nicht in den modernen Schreibtischzeiten. Und da haben wir nämlich hier so einen ganz ganz kleinen Bettraum schon drin. Tatsächlich. Seht ihr das? Den können wir dazu verwenden. Tatsächlich dafür. Und. Hier ist halt noch sehr leer. Und wenn ich das Problem habe. Ich zum Beispiel. Wenn ich leere Dinge habe. Nutze ich gerne Wände. Um es zu verbessern. Und hier kann man hier zum Beispiel eine künstliche Wand, eine offene schaffen. Damit wirkt das nicht mehr ganz. Und hier kann man zum Beispiel auch. wieder auf Furniture klicken. Wieder auf Furniture klicken hier. Gehen wir wieder auf Place Objects. Gehen wir wieder auf Furniture. Gehen hier auf Cupboards. Und können hier nicht Fans eingeben, sondern Cupboards, richtige Boards und so. Desk, Shelfs haben wir hier auch. Gehen wir hier drauf. Und hier tatsächlich auch so Sachen auch platzieren. Mit verschiedenen Dingern. Und das Schöne ist. Das macht es immer so ein bisschen random. Wir können jetzt zum Beispiel wieder draufklicken. Äh. Können wir die Farbe wieder anpassen. Wenn wir jetzt hier einen neuen platzieren würden. Wird da wieder was anderes drin stehen. Das mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Dass du da auch ein bisschen Variationen immer drin hast. Cool wäre, wenn du hier noch einen Button reinkriegen würdest. Wo du das aktualisieren könntest. Dass die KI das auch macht. Oder du löscht halt Objekte einzeln aus. Geht genauso. Müssen ja nicht so kleinlich sein. Aber ein Spiegel braucht noch ein Mirror. Das sind gar nicht so viele. Muss ich gestehen. Ähm, nee. Hier. So. Ein Spiegel rein. Wie sieht das aus, wenn ich den so mache? Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ne? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Was meint ihr, Leute? Das sieht aber noch besser aus. Das sieht noch besser aus. Das hat ein bisschen mehr Textur. Ihr könnt da zum Beispiel einen Spiegel hinlegen. Auch ein bisschen Deko. Und schon einmal nehme ich, wenn wir jetzt mal hier reingucken. Seht ihr hier, dass hier das ein bisschen weniger leer ist. Ihr könnt damit arbeiten. Für den Anfang sollte es reichen. Wie gesagt, der Link dazu ist auch tatsächlich unten in der Beschreibung. Ähm, da ich Modsachen nutze, kann es sein, dass ihr gewisse Modsachen müsst. Ich kann jetzt leider nicht schauen, in der Datei, was für Mods benötigt werden, glaube ich. Aber ich werde noch nicht rausgefunden. Ihr werdet das ja sehen, ob es geht oder ob es euch sagt, es gibt Probleme. Oder müsstet ihr halt noch eine Mod laden. Oder ihr nehmt halt direkt das JPEG. Das ging ja natürlich auch. Ja. Raft, 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 Raft. Large Ship. So, Camping. Das ist cool. Eine kleine Feuerstelle hier vorne. Das soll ja auch ein bisschen normal wirken, ne. Und so eine kleine Feuerstelle mit zwei Bänken dran. Das ist halt schon cool. Das hat halt schon was, ne. Da hast du ja noch ein bisschen Differenzen drin, tatsächlich. Und was du zum Beispiel hier noch machen kannst, ist... Latrinen. Könntest du unten in den Keller machen. Wir können ja noch Latrinen-Bereiche machen. Wenn ihr sehr auf Realismus steht, solltet ihr das natürlich machen. Aber kann ja auch unten im Keller sein, ne. Dafür haben wir ja einen Keller. Wer weiß, was da noch alles ist. Schreibt mal rein in die Kommentare, was ihr da reinbauen würdet in den Keller. Inklusive Folterraum. So, Housekeeper. No. Das machen wir nicht. Ein Bad haben wir nämlich auch noch nicht, tatsächlich. Was wollte ich jetzt eigentlich gucken? Ich habe es vergessen, Leute. Okay, ich habe vergessen, was ich gucken wollte. Z-Life. Ich habe tatsächlich gerade vergessen, was ich machen wollte. So, hier kann man ein Seil platzieren. Achso, ja, doch. Ich wollte noch die Kiste platzieren. Seht ihr? Ich könnte zum Beispiel auch, was ich gerne mache, die Kisten so klein und auf Tüchen platzieren. Auf Tüchen platzieren, dass da wie solche kleinen Schatullen sind. Ich kann das nämlich runterschieben ein bisschen. Ich mache das so. Das ist noch ein Problem tatsächlich. Kriege ich die Dinger nicht mehr rein, ne. Okay, das macht es schwieriger. So. Wenn ihr die mittlere Maustaste übrigens gedrückt haltet, die mittlere Maustaste könnt ihr, das habe ich nämlich das letzte Mal nicht erklärt, und auf dem ihr direkt drauf seid, dann könnt ihr nämlich auch tatsächlich eben, hat es geklappt, manchmal nach oben schieben. Könnte aber auch ein Bug gewesen sein. Ich habe es auch deswegen nicht erklärt, weil es eigentlich gar nicht geht. I don't know. Hat gerade funktioniert. I don't know why it's not, warum es nicht mehr geht. So. Kommen wir auf die Küche. Dafür haben wir natürlich auch ein Button Furniture. Und dann müssten wir eigentlich auch was haben. Ein Bereich. Garten. Also noch mal Reint. Beds. Bath. Fonds. Letters. Wieso war das denn? Counters. Auch sehr cool. Bath. Nee, nehmen wir nicht. Badezimmer. Fires auch. Nein. Nein. Es gibt kein Reiter für Küche. Ich habe gerade sehr verstört in die Kamera geguckt, Leute. Falls ihr wissen wollt, wie ich geguckt habe. Das ist nicht Küche. Das ist zerstört, Leute. Graychen. No, 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 no. Ich gehe mal Kitchen ein. Ah, da hast du was. Da hast du Schränke und sowas. Oh, wer kennt es nicht tatsächlich? Ich gehe mal ein Table rein. Versuche, nur Standard-Dinger zu nehmen. Oh, Table ist Standard. Und dann nehmen wir die mal. Blatt ist... Das ist übrigens definitiv... Also blutige Dinger gibt es hier nicht. Die müsst ihr per Mod runterladen. Ähm. Gibt es auch, aber da müsst ihr halt echt, ähm... Also müsst ihr halt Mods runterladen. Dann findet ihr auch Sachen. Geht nur auf Food ein. Dann hier mal reingeben. Hier so Schal draufstellen. Der ganze Wahnsinn. Das hier für große Leute gemacht wurde. Für viele Leute gekocht wurde. Kann man ja durchaus machen. So eine Hexe will ja auch vielleicht eine ganze Gesellschaft töten. Was noch hin? Hier nämlich schon eine kleine ist gemacht. Hier können wir nämlich noch einen Topf draufstellen. Decoration ist es nicht. Furniture ist es auch nicht. Wo ist das Decoration? Ähm. Pot, top, top, pot heißt das, glaube ich, ne? Ja. Cooking Pot. Ja, seht ihr es? Zack. Ich muss noch den Hexen ein bisschen nach vorne machen. Selbe Spiel könnt ihr hier machen. Und das Schöne ist zum Beispiel, könnt ihr zum Beispiel auch sagen, wir machen hier ganz gesund so was Grünes. Wer kennt es nicht? Oder Gelbes. Könnt ihr also mit Farbkombination etwas spielen. Oder das Ganze nutzen. Gehen wir natürlich auf Lights noch. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Vorteil ist, wenn ihr die Lights direkt hier platziert. Die könnt ihr an und aus machen tatsächlich auch. Ähm. Dann habt ihr die Möglichkeit über die Foundry-Datei, dass das direkt drin ist quasi. Das ist dann, da werden nämlich automatisch Lichtquellen hinzugefügt. Ihr müsst zwar die Animation noch hinzufügen, Stand, ähm, 28.02.24. Aber, so müsste es gehen. So, warte mal, hier haben wir nicht. Nein, das mag ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich das. Seht ihr das? Das wirkt irgendwie. Oh, das kann man schon nehmen. Das geht schon. Also, wenn wir zum Beispiel hier. Ich würde erst sagen, ja, aber symmetrisch ist das jetzt nicht. Und dann sage ich, das ist richtig. Es hat auch eine Hexe gemacht. Bindet euch einfach damit ab. So. Ihr könnt auch eine Torche quasi an die Wand was stellen, sozusagen. Hier können wir auch on stellen. Dann passt das nämlich auch. Könnte ich euch hier rein machen. In dem Bereich. Könnte ich hier rein machen. Hier können wir die Fackel aber ausmachen. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, über den Button die Fackel einfach auszumachen. Und hier können wir zum Beispiel auch etwas Licht vorne rein machen. Und jetzt wisst ihr schon, was ich tue. Was macht Martin da jetzt? Und dann sage ich euch ganz einfach. Die Hexe möchte ja gefunden werden. Also, ist die Hexe natürlich auch intelligent und macht einen Lichtweg hin. Also, Leute. Das ist doch Kidnapping Trick Nummer 7372, Leute. Das ist doch, also, ganz einfach. Das kommt in jedem Horrorfilm vor. Oder in jedem mystischen Film kommt das vor. Die werden doch so auffällig nach dem Motto, ja, geh da hin und dann stirbst du. Und die gehen trotzdem alle hin. Das lernt man doch in jedem Film, Leute. Also. Dass man das macht. Und jetzt machen wir nämlich folgendes. Das Gute ist nämlich, wenn ihr jetzt eine dunkle Map habt. Gleich, was wir tun. Und das wirklich per Foundry direkt importiert. Oder dann selbst Lichtquellen macht. Habt ihr nämlich auch schon Lichteffekte im Wald. Und schiebt die Leute ein bisschen in die Richtung, wo ihr sie haben wollt. Würde ich tatsächlich in dem ersten Fall schon so lassen. Mehr würde ich hier drin gar nicht machen. Weil es sonst zu much wäre. Wir gehen also jetzt wieder in so einen Brush rein. Wieso schon über 40 Minuten, Leute? Habe ich nicht gesagt 40 Minuten? Kommt hin. Aber wir haben in 40 Minuten ein fucking Hexenhaus gemacht, Leute. Das muss ich sagen, haben wir sehr, sehr schön gemacht. Gehen wir hier wieder drauf. Machen wir hier ein bisschen mehr tatsächlich. Ein da. Zack. Erstmal machen wir die Struktur, bevor wir da Bäume hin platzieren. Erstmal die Sachen. Jetzt müsst ihr aufpassen. Seht ihr das? Ne, geht tatsächlich. Aber ich mach mal ein bisschen kleiner. Sonst baue ich nämlich hier ständig was rein. Das will ich nämlich auch nicht. Im Brush, jetzt könnt ihr nämlich auch ein paar Übereinstimmungen machen. Und was natürlich geht jetzt tatsächlich, ganz gut da. Kann sein, das müsst ihr mal gucken, dass kein Baum durch die Wände schaut. Oder so. Da müsst ihr halt ein bisschen drauf achten. Aber das ist alles relativ schnell und easy geprüft. Jetzt habe ich hier Scheiße gebaut. Seht ihr das? Jetzt kann ich hier drauf gehen auf das Objekt und kann ihn einfach ein bisschen ziehen. Kann hier das ein bisschen ziehen. Und dann habe ich es gefixt. Gehe jetzt wieder auf meinen Brush drauf. Gehe auf die Bäume. Und jetzt ist wieder ganz wichtig. Gehen drunter. Kann man hier ein bisschen mehr machen. Können ein bisschen mehr machen. Vielleicht sogar seht ihr jetzt ihn sogar besser aus. Geschmackssache. Wie dicht ihr das letztendlich haben wollt. Müsst ihr entscheiden. Ist mir zu... Ich sag ganz ehrlich. Seht ihr das? Ist mir schon wieder zu dicht. Habt ihr gesehen? Wie wenig da eigentlich drin ist. Aber ich mach das eigentlich immer so. Und mach da lieber noch eine zweite Tour rein. Genau. Find ich schöner. Aber wie gesagt. Wie dicht ihr den Wald haben wollt. Ist natürlich dann eher am Ende. Euch überlassen. Was wir nämlich gleich noch machen. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wenn jetzt die Leute denken. Oh krass sieht das gut aus. Oder krass sieht das scheiße aus. Ist auch okay. Ähm. Bin ich auch nicht fertig, Leute. Noch bin ich nicht ganz fertig. Es gibt nämlich eine Sache, die mich noch triggert gerade. Und zwar gehen wir nochmal auf Toran. Und gehen... Ne, nicht auf Toran. Gehen auf... Nature. Gehen hier auf Rocks. Da zieh dir doch mal Steine so rein. Mag ich persönlich ganz gerne. Für die Optik. Da könnt ihr auch ein paar Sichtschütze einbauen und sowas. Wie ihr das wollt. Das sah aus wie eine Statue gerade. Habt ihr es gesehen? Das sah gerade Schwöre oben aus wie eine Statue. Hab ich gedacht. Ich dachte mir gerade. Warum hab ich denn eine Statue geplatziert? Was ich gerne mache. Auch kein Muss. Und da könnte ein oder andere sagen. Ja, das ist aber unrealistisch. Aber ich belohne ja gerne die Leute. Wenn sie etwas mehr machen. Als sie machen müssten. Ja. So. Und jetzt machen wir was. Nature wieder rein. Zack. Rock. Was ich denn immer gerne mache. Damit es nicht ganz so auffällig ist. Ich mach schon zwei, drei Steine irgendwo hin. Und die versehe ich dann mit einem Sichtschutz tatsächlich. Damit man schon ein bisschen sagen muss. Ich gucke mich ein bisschen genauer um. Und ich nach dem Motto. Mir fällt es direkt auf. Und was ich auch gerne mache. Weil ich ein Arsch bin. Ich mach es den Leuten nicht ganz so einfach von oben. Also sag ich ganz ehrlich. Die müssen schon ein bisschen gucken. Seht ihr das? Guck mal drauf. Warte jetzt. Es lädt. Gute Simmer. Wenn ihr länger nicht gemacht habt. Seht ihr das? Jetzt seht ihr nämlich hier. Die Kiste aber nur ganz schwach. Seht ihr das? Man muss schon ein bisschen genauer hingucken. Ich hab nämlich auch so ein kleines Easter Egg eingebaut. Oder was heißt Easter Egg? Ich hab noch ein kleines Looting eingebaut. Looten und levelen. Wir spielen ja mit Dungeons & Dragons. Oder andere Pen & Paper Spiele. DSA. Was es sich alles gibt. Dragon Bane. Gibt ja unglaublich viel. Das gefällt mir noch nicht. Das sind die kleinen Dinge. Die dann immer passieren. Die man nutzt. Und da gehen wir mal auf Plans. Da ziehen wir mal noch 2-3 Sachen manuell. Ein paar Blumen noch mit rein platzieren. Da haben wir nämlich glaube ich starbmäßig gar nicht drin. Einfach da noch ein bisschen was drauf machen. Von dahin. Wir gehen jetzt hier mal auf Trees. Können hier zum Beispiel den Umkrieg. Gefallen den Baum umgeknacksten machen. Können hier Plans machen. Flowers. Animals. Können wir auch platzieren. Da hab ich auch ein paar Mods. Das sind Mods vor allen Dingen größtenteils. Drinnen die ich gedownloadet habe. Spider gibt es standardmäßig sehr sehr viel tatsächlich. Weiß ich nicht wieso. Scheibenbar. Na gut. Es geht um den RPG. Da müssen Spinnen vorkommen. Ich mag sie ja nicht. Aber mein Gott. Und. Das ist ein bisschen unpassend. Aber schon könnt ihr hier das Problem fixen. Dass es nicht mehr ganz so trocken aussieht. Komm hier noch was hin. Wunderbar Leute. Und schon sieht das Ganze nach einem kurzen Speicher. Nämlich von oben so aus. Schaut sehr sehr gut aus. Auf dem Subnail seht ihr immer wie es leer aussah. Und wie es dann gefüllt aussah. Oder wie in dem Bereich ist. Ich werde dann schauen ob ich einen bestimmten Bereich abscreenshorte. Damit ihr seht wie es aussehen kann. Ihr könnt natürlich Sachen berichtigen. Ich würde sagen meine lieben Freunde. Es hat mir wieder sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mich ganz ganz herzlich bei dir da draußen für deine Aufmerksamkeit bedanken. Der Download Link befindet sich unten in der Beschreibung. Lass mir doch gerne einen Kommentar da und einen Daumen nach oben. Wenn es dir gefallen hat. Und ich würde mich freuen dich bald wieder zu sehen beim nächsten Video. Bis dahin viel viel Spaß bei Pen & Paper Projekten. Was immer du machst oder bei anderen Dingen. Was du eben so tust. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin Leute. Denkt daran ihr seid die Besten. Keine anderen. Euer Martin. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Euer Pikachu. Des Vertrauens. Zwinga Smiley. Das ist die Besten.